Genau, Solarzellen wollte ich machen. Habe ich Kohle? Wo ist denn die Kohlekiste? Das ist nicht die Kohlekiste, die erzählte ich mal. Die bisschen Kohle nehme ich mal mit. Und hier ist Uran. Ach, das kann ich jetzt auch nochmal mitnehmen. Ich finde es eigentlich schade, dass das nicht mit den Watermills klappt. Ich habe es mal ausprobiert. Also, wir können ja mit Geothemal-Teilen, können wir ja die Lava reinfüllen, aber blöderweise funktioniert das mit Watermills nicht. Das gleiche mit, also mit Wasser. Finde ich schade. Wäre nicht schlecht gewesen. Ich frage mich sowieso, warum haben Sie das nicht gemacht? Was warte ich eigentlich hier? Ach, genau, auf die Hose. Hose? Hose ist fertig. Finde ich nicht schade, dass Sie das nicht gemacht haben. Huch. So, ich bin jetzt faul, ich stecke jetzt nicht. Äh, ich springe über das Tor. Ich bin faul, ich springe über das Tor. So, ähm. Wir schützen hier jetzt aus. Die Kupfer und Zinn ist fertig, die Bronze ist auch fertig. Mal einsortieren. Verdammt viel Kupfer, er hat sich gehabt, das ist unglaublich. Nein, ich habe nicht viel Kupfer, das schaut nur immer so aus. Hier Kupfer, da Kupfer, da. Zinnstaub, der fast fertig ist. Komm, 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 komm. Geht doch. So, dann packen wir die ganze Kupfer, er hat es acht. Da rein, da rein, da rein. Und, ach, was soll's, schmeißt mir alles rein. Zinn auch, das kann man sogar aufteilen. Da haben wir hier die Bronze, da haben wir das Kupfer, das überfüllt. Alter Schwede. Nein, wir haben nicht viel Kupfer. Äh, ja. Wasserzelle Kupfer, achso, was sind zwei verschiedene. Genau, ich brauche, habe ich denn noch, ne, ich habe überhaupt keine Kohle-Staub mehr kann das sein. Was ich mir interessieren würde, kann man mit Juju-Meter-Kohle herstellen? Äh, Materie. Ups, Materie. Na, schmarrn, so. Kann man damit Steinkammer, Glaskammer, Musterstein, Grasblöcke, Sandstein, Schnee. Lava. Oh, wir können Lava damit herstellen. Golderz, Eisenerz, ne, Opsi. Nether-Rack, ne, Glow, Holz. Kranken, Kaktus auch nicht. Kohle! Geht doch, und das ist Wolle. Kohle, dub, 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 mit drei. Schaut doch ganz gut aus. Mit drei kann ich Kohle erstellen, mit... Neun kann ich demnach 60 Kohle erstellen. Schade, die Rechnung geht nicht auf. Also da so rüber, okay, Dankeschön. Hab ich denn noch? Hä? Achso. So. Ähm, was wollte ich jetzt? Kohle. Da ich ja sowieso keine Reden mehr jetzt mehr brauche, weil... Hallo? Also die Rüstung bringt es nicht wirklich, weil ich nehme entweder... Weil ich entweder Dingens nehme. Ähm. Na, wie heißt's? Ähm, mein erweiterten Akku-Rucksack oder das Jetpack. Deswegen werde ich hier niemals die Akkante-Rüstung nehmen. Deswegen lot's ich das für mich nicht. Deswegen reicht das, wenn ich das so mache. Dann kann ich jetzt eigentlich eine Kohle in... Schüttchen, in welchen? Ach komm, wir machen jetzt hier mal eine Unterbrechung für eine wichtige Durchsage. Hier muss die Kohle rein. Dann packen wir das hier so rein und ich pack mal hier so rein. So, Kupfer, komm, Kupfer, Kupfer. Zin, zin. Da, da, da. Ach komm, gib mir jetzt mal das ganze Kupfer hier. Das gibt's doch nicht. Das ist ja unmöglich hier. So, so, so. So, so, so. Zack. So, wie viel krieg ich da jetzt noch raus? So, das reicht jetzt. Sind genau 28, mehr krieg ich auch nicht hier raus. So, nein, ich hab nicht viel Kupfer. Der schaut nur so aus. Das ist Einbildung. So, ich glaub, da kann ich auch wirklich sagen, so viel Kupfer werden wir niemals brauchen. So, und jetzt werd ich's wahrscheinlich dann demnächst bereuen. Keine Ahnung, für was ich dann so viel Kupfer brauchen werde. Einfach nur aus Prinzip. Ich könnte ja was essen. Nee, Essen brauch ich eigentlich nie. Ich brauch eigentlich nie wieder essen, oder? Mit dem Quantum-Held, so weiter nicht leer geht. Nicht wirklich. Und Energie füllt sich jetzt sofort wieder auf, weil ich nur ein Rot-Ding ans verliere. So, auf was warte ich jetzt eigentlich grad? Ich könnte mal das Uran hier rausnehmen. Kupferstaub. So, halt, euch muss ich rausnehmen. Euch nehme ich auch gleich mit raus. So, so. Duck, duck. Was ist hier drin aus? Und gleich nochmal eine Runde Kupfer. Ach, hier ist ja noch Zinn. Das gehört eigentlich dahin. Und hier das hier noch. Verräumen. Und jetzt hab ich sogar richtig viel Kohle. Was, warum brauch ich nochmal Kohle? Ach, ich wollte Sonnendinger machen. Sonnendinger. Ihr wisst schon. Solarzellen. Hab ich dann auch genügend Glas? 14. Ist ja jetzt nicht der Wahnsinn. Hab ich noch Sand? 20. Ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Was soll's? Was muss hier rein? Hab ich noch einen Kohle? Least du? Ne, ich hab bestimmt noch einen Kohle. Least du nie liegen. Ach, hier unten vermutlich nicht, gell? Hier habe ich jetzt bestimmt schon alles geplündert. Okay, ich komme in den einen Stack. Den nehme ich jetzt noch. Ach, ich hab einen Stack dabei. Oh. Äh, ne. Hier wollte ich gar nicht hin. Da, 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 da. Moment. Hab ich irgendwo Platz? Vermutlich nicht. Das ist eher das Problem. Komm, nehme ich dich hier raus. Pack mal dich da rein. Nehme dich hier raus. Nehme dich auch hier raus. Und hier packe ich das hier rein. Gehst du in die Runde schreddern. Und das Kupfer. Achso, das sollte ich vielleicht irgendwo hier reinpacken. Das Glas brauche ich. Das Kupfer kann ich hier rausholen. Das geht da wirklich da rein. Komm, machen wir noch mal so einen Rubschnitt der Runde, wie gerade eben. Dumm, 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 dumm. So, passt schon. Die restlichen viel behalte ich jetzt so. Äh, 12 meinte ich. So. Glas. Ich brauche demnach... Ha, shit. Ach, da brauche ich das Ganze. So, Kabelgezuppel. So, mal bis zum Anschlag. 42 Kabels. Ach, schon mal, ich brauche noch mehr davon. Von euch brauche ich dann noch. Und brauche ich es? Doch, doch, klar brauche ich es. Damit kann ich jetzt 6, 4 Stück machen. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das in die Mitte, das dahin, das dahin, zack. 4 von denen. Brauche ich nochmal 4. So. Dann, wenn man die braucht, 3 mal 4 sind 12. Und demnach auch 12 von denen. Dankeschön. Oder wegen das jetzt? Ach, nee, brauche ich hier 2. Ich brauche 2, gell? Nee, oder? Nee, hä? Ah, ich brauche hier einen Generator auch noch. Ich brauche hier einen Generator. Mist. Ich habe einen Reinen Ofen, einen Doppelmist. Och, Kobbels. Mistiger Mist. Zwei reichen in dem Fall sogar. Obwohl, ich werde sowieso mehrere machen. So, ähm, so. Nehmen wir die 5, dann brauche ich Batterien. Batterien. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. Brauche ich wieder Zinn. Brauche ich auch noch Kabel. Ich drehe am Rad. Ähm, brauche ich meinen elektrischen Zapfern. Ah, brauche ich einen Koller. So, jetzt wird es wieder mal richtig lustig, weil wir wieder auf Hochtouren arbeiten werden. So, jetzt geht es wieder los, würde ich sagen. IC auf Hochtouren. Wir werden nämlich jetzt viele Solarzellen machen, weil irgendwann werde ich meine Lava ablösen müssen. Und da ist, glaube ich, äh, das CompactZola Plugin, äh, Plugin, sage ich schon, die CompactZola Erweiterung, glaube ich, sehr nützlich. So, was ist noch die Frage? Naja, ein Update muss ich auch irgendwann dann. Das stimmt, aber müssen wir dann auch warten, wenn ich es jetzt verwende. Naja, aber noch brauche ich es nicht. So. Da habe ich jetzt alles durch. Da habe ich doch gerade was blitzen sehen, was gelbes. Da ist es doch. Ein bisschen Harz muss sein. Harz IV, demnächst. So, ach, nein, schmal nicht der Compressor. Ach, da habe ich noch ein bisschen Gummi. Gib Gummi, Alter. So, so, so. Ach, Redstone werde ich dann auch vermutlich bald wieder brauchen. Mach ein bisschen Sinn hier, ein bisschen Sinn da. Mach es gerade wurscht, ich brauche sowieso dann mehrere. Komm, hau rein, ich brauche dann sowieso mehrere. Ich brauche richtig viel, das wird jetzt richtig viel kosten. Ein paar Öfen, ein paar Maschinenblöckchen und der Akku und ein Generator. So, was mache ich denn jetzt? Intel Core Duo Prozessoren. Nein, das eigentlich nicht. Schmal, ich muss es so hin tun. Ach, es war wieder genau falsch rum, oder was habe ich jetzt falsch gemacht? So rum. V wie Solar, oder so. Habe ich zwei mehr, yay. Yay. Packen wir das erstmal dahin. Ach, genau, den Terraform wollte ich auch noch ausprobieren. Müsste ich dann wieder eine Blaupause später machen. Oh, wie es ausschaut, muss ich fast wieder einen Kupferblock auflösen. Oh. Nein, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. Äh, nein, muss ich nicht. Sand kann ich ja auch erstmal mit der Antasse produzieren und, äh, Kupferstaub da rein. Dürfte auf jeden Fall genügend haben. Was wollte ich jetzt noch? Ach, ich brauche Gummi. Gib mich Gummi und das möglichst viel. So, zack, das reicht erstmal fürs erste, vor allem so viel Gummi habe ich gerade gar nicht parat. So, mal schauen, wie viel kriegen wir da jetzt raus? Machen wir jetzt erstmal so Pima Daumen, da rechne ich jetzt nicht großartig rum, wie viel ich da jetzt rauskriegen kann. Schauen wir erstmal, wie viel wir kriegen. Ein weiterer wäre zumindest schon mal nicht schlecht, denn wir haben jetzt eine gerade Anzahl. Ach, damit könnte ich vier weitere machen. Sprich, mir fehlen eigentlich noch, äh, ein weiterer Ofen und ein weiterer Maschinenblock. Eigentlich zwei, sehe ich gerade. Oder? Ups. Ofen, Maschinenblock. Mir fehlt ein weiterer Maschinenblock. Ein weiterer Maschinenblock. Danke. So, Maschinenblock, Ofen, Bakus, Generator, Generator, Schaltkreise und ein bisschen Glas und ein bisschen Kohlestau, wobei das jetzt nicht ganz passt. Habe ich gerade mal vier. Ist ja großartig. Jetzt ist ja, ist doch ein Witz. Ach, hier habe ich, ach klar, hier habe ich auch noch zwei. Ich denke mal doch gerade, irgendwas läuft hier schief. Wie ist das denn wirklich die Kobbels aus? Was ist denn das zu fassen? Wie gehen die Kobbels aus? Wie schaut es denn hier so aus? Kann ich ja mal ein bisschen hier durchheizen. Mit dem Teil hier, dem Guten. So, man warten jetzt lieber mal kurz. Heizt das hier durch. Gibt es ein bisschen Mess. Hier dürft ihr, ach. Ach, nimm mir hier ein bisschen Kobbels mit. Nimm alles mit. Hier darf auch ein bisschen heizen. Ach, denn. Materie nehmen wir gleich mit. Joa, da schießt es einfach nur so runter. Ey, alter Schwede, ist das krank. Dann schau mal hier noch so vorbei. Hier ist noch ein bisschen Kohle, die wir mitnehmen könnten. Das lassen wir da. Hö! Das hat Obsidian gefunden. Auch nicht schlecht. Was spricht das? Lava. Gut, dass wir die Wasser, äh, gut, dass wir das Wasser eingefüllt haben. Ah, sehr schön. Ist dann schon so weit. Schließen. So, da kann man den einen auch noch mitnehmen. Äh, habe ich dann alles. Also, ich wollte eigentlich bloß Kobbels mitnehmen. Häp. Hublies Doni für mich, weil ich brauche, ich brauche Öffern, weißt du. Möglichst viele. So, und eigentlich brauche ich den hier noch und den brauche ich auch gerade. So. Dumdum.